Ich heiße Giovanna Kunze, bin Partnerassistentin im Bereich Consulting und seit 2014 bei Deloitte. Mein Job beinhaltet die klassischen Assistenzaufgaben, aber auch Projektcontrolling und Eventplanung. Das Besondere an meiner Arbeit ist, dass sie sehr vielfältig ist. Ich arbeite nah am Team, bekomme aber auch inhaltliche Eindrücke in die Projekte meiner Partner. Ursprünglich komme ich aus der Hotellerie und Gastronomie. Ich habe mich für Deloitte entschieden, weil es ein internationales Unternehmen mit spannenden Arbeitsumfeld ist. Meine Erfahrung in der Dienstleistungsbranche hat mir definitiv den Einstieg bei Deloitte erleichtert. Zudem meine Offenheit für neue Projekte und meine Erfahrung mit Menschen. Meine Kolleginnen haben mich von Anfang an super freundlich empfangen und ins Team aufgenommen. Man hat sich auf mich gefreut, das habe ich richtig gespürt. Hamburg ist für mich die schönste Stadt der Welt und ein Nordlicht bleibt halt ein Nordlicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017